Jetzt wäre die Vorhandwendung rechts, also rechts, sie wartet, das war vollkommen richtig, er war so ein bisschen am Wackeln, warten bis er ruhig steht, Rechtsstellung, rechter Schenkel zurück und jetzt zögert er, jetzt kannst du mit der Gerte leicht antippen, mal antippen, noch Rechtsstellung halten, Rechtsstellung halten, Rechtsstellung halten, so, so, und ist er hier so ein bisschen stark, ich weiß nicht, ob alle das gesehen haben, so stark seitlich ausgewichen.